So, jetzt willkommen zu einer ersten Runde von Titel steht noch nicht oben, ihr stimmt drüber ab. Mit dabei Peric. Jo. Splatterman. Yeah. Alexander, der Bruder von Splatterman. Und der Klaas Clever. Moin. Ja, wir haben gedacht, wir machen mal was Neues. Ich muss mich jetzt mal entscheiden, dass wir schnell was kaufen. Ja, ich hab das Spiel auf Französisch, hörte ich schon. Haben sich ja viele gewünscht. So, wir machen heute Also, in diesem Format geht es darum. Ist ganz neu jetzt, super toll. Wir haben immer ein Thema. Das hat sich letztes Mal schon in der letzten Troll the Meta Folge angekündigt, wobei Troll the Meta wird es weiterhin eher Richtung Troll the Meta auch werden. Aber, wir haben jetzt hier ein neues Format und zwar, wo wir immer, wie schon gesagt, ein Thema haben. Zum Beispiel ist heute das Thema Team Revive. Das heißt, wir haben jetzt alle Charaktere genommen, die sich wiederbeleben können. Oder wiederbelebt werden können oder wie auch immer. Richtig? Oder einfach gar nicht sterben, wie der Tunnel mehr. Und so ist das jetzt entstanden. Also, lasst es regnen an Vorschlägen für Titel und hier, was man mal spielen könnte. Prinzip ist jetzt, glaube ich, klar. Und ja. Kannst du so ein bisschen Combo gehen. Tank und irgendwie Liar ist so nicht. Ey, du hast mein Fun. Ey, wir teilen den. Brüderlich. Brüderlich. Sind die etwa Slasher Bros oder was? LOL. 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 Wir sterben nicht, wa? Das war der Plan. Ich hab keinen Slasher. Enemy... What? Aber Französisch ist echt lustig. War eine gute Idee von euch. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Was stand da jetzt? Enemy... Keine Ahnung. Enemy... Frog. Froschenkel. Enemy... Ja, Christo, du wirst ja... Ich werd hier grad gesungen. Montags in der Zone. Ah! Was für ne Anspielung war das denn? Kennt man den? Nee. Alter, kriegst du. Alter! Bist du blöde? Was denn? Ich hab gehebet. Ja, cool. Und gehst da nochmal hin, um einen Hit zu fangen. Für nichts. Hä? Ich hab keine Ahnung, komm danach. Also, ich glaub, unsere volle Macht wird sich erst im Team. Fall zeigen. Ja. Ja. Dann werden wir dann alle 500 Mal, äh, 500 Mal überleben und wiederkommen. Äh... Hey, und die Gegner haben auch Sack? Ja. Ja, die wissen halt, was gut ist. Oh, dann halt. Ja, geh mal weg, Junge. Was bist du jetzt hier noch ohne Flash? Es bringt nichts. Hä? Blöder nein. So was ist Platin 3, weißt du? Da könnte ich heulen. Ich bin Platin-Fähig, ich war auf die Mauter. Oh, okay, dann ist es in Ordnung. Der Max, der Max ist auch bald Platin. Der Aufstieg geht bald weiter. Ja, Aufstieg drehen wir heute noch weiter. Wird auch Zeit, find ich. Oh, Sack ist top. Natürlich, absolut notwendig, dass er hier oben bei mir ist. Der Leufex, das ist übrigens der Account, den wir immer für Aufstieg nutzen. Vielleicht schließt sich so der Kreis. Oh, schön. Ja, jetzt bin ich ja gerade nur allein. Aber vielleicht können wir die Nami... Äh, äh... Wir haben, glaube ich, geworfen. Finnen-Lechter. Nice. Enemy... Dö, dö, dö. Enemy Frogg. Enemy From Arsch. Ist einfach überall Frogg. La Baguette. Frogg oder Feed? Geht weg. Aber die haben auch... Die haben auch... Weiger. Weiger ist, glaube ich, auch kaum strong gegen... Gegen Anilja. Nee. Da bist du so klein und ohne Hut. Kommt drauf an, wie er's macht, ne? Dann wirft's jetzt von am Anfang nicht so viel auf AP. Dann geht das noch einigermaßen. Du wirst wollen, bis wir jetzt eigentlich leiser als eben, wo wir uns unterhalten haben. Ich weiß es nicht. Oh. Ah, jetzt da. Ja, jetzt wieder. Da, da ist er wieder. Da bin ich wieder. Der Splatterman. Also, wir gehen... Ja. Ich hol mir einen Sidestone. Glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Enemy Frog. Enemy... Oh, das war ein kleiner Hüpfer. Weil, vielleicht können wir auch mal reinhören, was er so sagt. Alter, was geht denn? Super lustig. Ich glaube, ist noch bei der Ulti gut, ne? Was heißt denn Let's Bounce auf Französisch? Äh, Boing. Und dann habe ich noch Fronde, das ist der Sprung. Matière Instable, das ist W. Und Etirement. Etirement? Das wahrscheinlich entgegen, ne? Etirement! Oh Gott. Tja. Materie, äh, Instabil. Instable. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Materie, Materie, Instable. Max, du musst deine komischen Fetten wieder aufsammeln. Ja, ne, ich hab doch full Light. Und? Etirement! Boots! Ach, Boots ist der Ausdruck, nice. Die Franzosen wissen halt, wie es geht. Die wissen, wie es läuft. Passive ist Division Calulaire. Cellulaire. 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 Oh, du farfst uns ein bisschen. Ja, wollen wir mal hard engage'n? Mal einfach mal probieren, wie es läuft. Das verlehren wir. Ich kann nicht runterkommen. Können wir mal rippen. Du musst hier mal auch deine Bomben, du brauchst nur AP, damit wir farmen können. Ja, sauber, zwei Dorons, das meine ich. So, ich komme runter, Leute. Seit... Wer gern ist? Ne, da ist er wieder. Oh, er hat mich rausbekommen. Und ich gehe... Oh, Alter, hast du das gesehen? Freunde! Oh, mir ist rein. Ich habe noch Heal, ich habe noch Heal. Außerdem sind wir Splasher Brows. Wir gehen jetzt richtig rein. Ja! Raus, raus, raus. Reicht doch, reicht doch. Nein, reicht nicht. Ich habe doch meine Passive. Okay. Na, easy. Survive. Oh, Gott. Alter, du Lug. Der Splatterman, der feedet halt. Oh, ich hatte noch Heal. Aber weil... Execute, execute. Und... FRONDE! FRONDE! Ich werde jetzt FRONDE! Einmal nur enrage. Verdammt. Etirement. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, execute, oder? Level, une, dreh, äh, tre... Ne, un, deux, trois. Level, toi. Äh, ça va bien? Es ist, äh, très bien. Äh, ja, ja. Brauch's denn, brauch's denn. Du, oh. Attention, attention. Si, gratias, el, oriza. La pomme est rouge. Je m'appelle Imborz. FRONDE! Äh, je suis on my way. Oh, der stirbt. Der stirbt, lol. Fiste, püt. Komm runter, komm runter. Detecor. Tu, oh, fronde von... Fuck! Ne, fronde. Oh, ich hab gehört, komm runter, deswegen bin ich hier umgelaufen. Ja, ich wusste nicht, warum mein Charakter oben umgelaufen ist. Re-Action. Oh, fronde! Oh, 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 oh. Detecor. Trä, très bien. Uh, la biblia, de... La biblioteca. Alter, was ist los mit euch, ey? Uh. Oh. Ah, hat er gedacht, ne? Aber ich hau dem selber einen rein. Alter, gleich macht's boing. Alter, du fängst so viel damage for free. Alles meins. Ah, das ist schon mal geil, dass du jetzt so gut farmen kannst. Wir haben zwar immer noch keinen Sustain, aber wir haben ja unsere... Das ist ja Ulti, du kannst den baiten. Ah, verdammt. Lol. Alter, die ist schon zu dick. Die ist schon zu dick. Kannst du dich noch heilen? Oh, das war... Max, ich hab ein Ulti. Ey, dass sie ja noch Ignite hat, ne? Ja, wir können die trotzdem nicht bürsten, gleich. Wir können traden und dann wieder rausgehen auf Catelyn. Aber die Nami heilt sie eh hoch. Ja, das kannst du immer machen. Ja, ich glaub, ich brauch den Chalice, ich brauch den Chalice, damit ich eh... Ich komme, ich komme, ich komme. Ja, dass du das durchgehend machen kannst. Die kommt runter, die kommt runter. Ne, die braucht noch, die braucht noch, die braucht noch, die braucht noch. Ich komm aber auch, ich komm aber auch. Kehr, kehr, kehr. Nice. Alter. Möko Cephini! Die ist schon ziemlich dick. Nice. Nein, nein, falsche Richtung. Oh, Leute. Ich hab noch Heal, also. Agile que, je suppose, äh... Ja, das ist echt blöd, ich brauch mal nach weg. Je suppose, la pomme est rouge. Die will gleich ein Q auf mich machen. Eee... Nice. Etirement! Äh, etirement... Oh, ich hab's richtig ausgesprochen. Etirement, ohne zu gucken. Hoppala! Ah, das hat der auch. Wer hat denn Kill gekriegt? Weigert, Double-Buff, ne? Ne, ein Buff, nur, okay. Oh, jetzt machst du gleich Ulti, pass auf. Wollen wir uns rausbecken, die Ulti, oder was? Ja, ja. Aber du hast kein Mana für Ulti. Ja, ja, ich hab noch Heal, deswegen. Aber das riske ich jetzt nicht. Heal ist kurz weg. Steht gleich mit dir, steht gleich mit dir. Äh, ist so ein... Ist unmöglich. La pomme est rouge. Zac hat mein Wort ge- Je m'appelle Maximilien. Ich komm auch noch. Der Zac kommt hinterher, ne? Etirement! Da ist er. Oh, oh, eh, attention, eh, Xe... Äh, eh, eh, Peric. Frande. Oh, Peric. Tritt, très bien. Ooooooh Ey, die ist... Was macht ihr denn? Die zappelt da oben die ganze Zeit unter meinem Tower rum und wartet halt immer genau... Ich kann dir nicht helfen Oh, ich bin tot Warte, da wird noch was gemacht Ich komme, ich komme, ich komme, zögert das raus, zögert das raus Geht da voll rein, geht da voll rein Fronde FRONDE Nami, Nami Ja, die Nami, komm Den Jungen klatschen wir auch noch weg Na rein! Ich habe passive Oh, der stirbt nur, oder? Ja, lass es, lass es Rennen, 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 rennen Oh, nice Alter, einfach nur ge... Alter, einfach revive auf Doom, Alter Das geht, Alter Alter, einfach nur der turning back, äh, FRONDE Oh, Mann Einfach nur rein Frog Alix Alix Wir brauchen jetzt deine Unterstützung, dass du nicht oben weiter stehst Alix Alter, Alter S'il vous plait Reden wir uns alle mit einem französischen Accent Mit einem französischen Accent de Guy Ne, ne, ich rede jetzt voll, voll anders Also soll ich auf, ne, ich sollte Tank gehen, ne, genau Geh ruhig mal, geh ruhig mal Tank, ja Du kannst ja auch das Jungle-Item holen, das Tankige, dann kriegst du nämlich noch mehr Leben Die haben ein bisschen CC, ne, dann hol ich mir auch Mercury Threads Threads? 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 Threads 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 Top ist weg. Ich komm rein. Naja, das wär doch. Ich glaub, das war doch. Dies ist Quatsch. Dies ist Quatsch. Einfach nur wegmoschen, die Jungs. Hol dich, hol dich. Alter, der macht richtig Dänisch, der Säck. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Komm, mosch sie weg. Ich hau dich weg. Hause kam ran. Hahaha. Frommarsch. La Zigarette. G, G, Spiderman. Nope. Oh, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Was? Oh! Frommarsch! Uuuuh, Firmilla. Legage. Alter, er fieldet weiter, der Junge. Ich glaub, du musst versuchen, die zu fighten. Und da kannst du, glaub ich, nicht weglanden. Da stirbst du immer, wenn du wegkommst. Ja, einfach junglen und dann safe fahren, wenn sie weg ist. Alles klar. Ey, glaubst du, die geht auf dich drauf? Geh mal auf allein. Auf mich? Achso. ZACK! Hahahaha Etukulé deschiquité äh, finalement in your anus Alter, die Fierer ist richtig dick Lass Jungli Machen Ne, die Nami, die Nami, ich will sie töten Mitte, 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 brauche Hilfe Hast du dein Ei? Ja Soll ich baiten? Lafis avec Ei Und weggeklatscherini Oh Welker gestunnt? Ja, komm, geh mal nach Ich stun ihn nochmal, ich stun ihn nochmal Ah, schade Oh, da kommt Sex Oh nein, ich hab Ei, ich hab Ei Ich hab Ei, ich hab Ei, ich hab Ei Spiegelei, revive Revive Oh Gott, scheiße Oh, Leute Scheiße Mitreiß Oh, allele, bleu Allele, bleu Leben alle? Leben alle? Rippung Ate Rippung Nice Sehr gut So muss das sein Hier, äh, plus 40 Regeneration des PV Toute le 1, 2, 3, 4, 5, 5 Et Troisième, Regeneration du Mana Toute le Les Montres Les Montres Qui vous attaquant Oh Gott, halt die Fresse, ey Es hält doch keiner aus Diese Sprache ist bei Du Plus La Kartoffel Alex, was ist da los? Oh Alex, alter Mann, die hat 8 Kills Ich kann halt auch nichts gegen die machen, die sind zu viele Du darfst nicht bis hier gehen, du darfst höchstens bis hier gehen Es ist halt freezing die Lane Einfach nur warten, bis die Minions fast kein Leben mehr haben und dann eine Hilfe auch machen Aber wir sind auch gar nicht Team Freeze Fjoref Leel de loel, cock Der Splatterman La Bouteille Der alte Komiker Du Flasche La Bouteille Papa Bouteille Papa Bouteille Der Song ist gar nicht so bad dafür, dass er Französisch ist Ja, ne? Ja Voll der Rassist, ey Voll der übelste Rassist, ey Ja, ich mag die Sprache Was? Komisch, ich hab ja Gefühl ich höre nur Französisch sagen Alle sind Schweine Der Tutikor Ha Ha Go, go, go Du hast Ulti, du hast Ulti Das ist so lustig Ha, ha, ha Und weg Oh! 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 Hast du passive Max? Christoph! Ja klar Ich flash einfach weg, ja Ja, versuch's mal Oh Gott Oh! Ja Ja Die machen glaub ich den Dragon Warum? Ach, die Mitte war tot Den Dragon machen die, komm! Ja Was sollen wir da machen? Das sind vier Mann Das sind vier Mann Und ich hab keinen Smile Ihr habt beide Revive, also seid ihr auch vier Mann Ah, ne Ich hab keinen Revive Immer positiv rechnen Alex, zurück Alex, zurück Zurück, 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 zurück Viora ist noch tot, oder warum? Ja, trotzdem Ja, du bist viel zu weit vorne Ja, also jetzt hat er theoretisch auch posten Die sind vier Mann beim Dragon gewesen und Viora war tot Er muss es sich angehören Ach, Viora war tot? Ja, sogar Deswegen war ich doch tot Achso Hm Hm Achso, na dann Ah La Fromage La, la Vogel Le La Vogel La, la, äh Vogel 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 Oh Oh Oh, 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 Max Oh, oh, oh Oh, oh, oh Den klatschen mal, den klatschen mal Geh rein, geh rein, geh rein Geh rein, geh rein Der hat doch eh noch Passive Trau mir Der hat seine Passive auf Kudern Wutjuu Oh God Ja, ne, ich hab Ulti Oh Mann, bitte Ah, hab ich nicht, okay, cool Jetzt hab ich Passive, ich merk eigentlich, dass ich tot bin Ich komm gleich wieder, Zellteilung Oh, da kommt die Velle Oh, da kommt die Velle La Velle La Velle La Velle La Velle Triplet Warte, wie wir uns einfach wieder hoch Okay, okay, ich hol mir nächstes Auto im Guardian Angel Ja, ich auch Ja Demnächst so La Tourette de Monde Ha, Tourette? La Tourette Syndrom Ha, ha, ha Du Fuat Alter, ey Diese Folge, ey Das ist verduumt, ey Verduumt Ich bin Peric oder Maxim GG Ah, ich spusche mal Aber dann Ey, Peric Ah, ja, genau, wollte ich nochmal nachhorchen Wie ist es jetzt? Bist du wieder infiziert mit, mit LOL? Nee Echt nicht? Hat er sich zusammengerissen? Ja, er hat sich zusammengerissen Ah, das ist nett Das ist nett Ja, bei seiner Frau reißt er sich nicht zusammen Weißt du, wie, was das heißt bei dir? Alter Wer reißt dich zusammen? Ey, der Maxim redet da immer so mega LOL Also so sein Godshot Nächstes Item Guardian Angel Und damit gewippt Oh, ich bin auch weg Zack, 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 Zack Das ist ein langer gewesen der Gegner schon Hier oben Warten wir vorwarten uns? Äh, äh, äh Äh, äh Der Alkzahner Fuuuck ATTENTION Fuuuck Das waren aber auch Risky Plays da gerade Die waren eigentlich gut hochgeworfen oder? Aber die haben auch irgendwie total viel zerzählt, ey Ey, wir hätten da am ersten Kill gleich wieder rausgekommen sollen Ja Daran lag's 2.000 Gold, dann hab ich's Geh Ich hab Alter, ich hab jetzt schon Alter, geh, geh 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 weg Geh weg Rausgehen Ich weiß nicht, wo Fiora ist Wird gewippt Du musst Labuttei fragen Wer weiß das? Oh, Lippaghet Wisse, wie ich's gesagt hab Wie ich's gesagt hab Ey, ey, ich kann da voll griffen Lippaghet eh sweet Oh, hier Hast du ulti, Alex? Wuh Ne Ich hab seit bei Alex zu Wisse, ich hätte nicht rausgehen sollen REIN Hier, ich hab, äh, was Zupen Oh, Fuck Oh Gott, der Flash of Doom Oooh Die Falle Alter, habt ihr alle keine Augen Komm, die knallern wir jetzt weg, den Jungen �ativo da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-dadד Oh, Fiora 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 Attention Oh Gott Oh. Alter, die ist so gefiedelt, ey Oh, Gott Oh Gott, Alter Die kannst du nicht mehr stoppen, Alter Die ist so gefiedelt Je web Wo Derrière attention Es ist auch sehr ironisch, dass wir Französisch reden, wenn wir gegen Fiora spielen. Fiora? Fiora. Fior? Versteh ich nicht. Versteh ich auch nicht. Ist ne Französin. Echt? Oh, da war ein Pinkwort. Ich kenn nur Jeanne d'Arc. Sie wissen, wo du bist. Jeanne d'Arc. Ey, jetzt aber schnell. Kriegst du versucht zu freuen. Exekute! Das ist gar nicht trocken, Dieter. Und tschüss, Alter. Der Vision is real. In der Base haben die Vision voll OP. So OP. So OP. 900 Volt noch bis Guardian Angel. Ja, wenn die Fiora nicht so gefeedet wäre, dann hätten wir vielleicht sogar noch einen Schock. Hey, hallo, ich bin auch mega fett, wir können das gewinnen. Ja, die Fiora muss einfach nur richtig zezählt werden. Wunder kommt im Late. Mit unserem Super-CC. Wir kämpfen auch die ganze Zeit ohne Trinder und das ist auch gut. Alex kommt immer Late. Darf wir jetzt nicht falsch verstehen. Oder vielleicht auch. Ich hab halt null Farm irgendwie. Ja, ist ganz schön peinlich. Wenn ich die ganze Zeit nur rumrenne und versuche Leuten zu helfen, die nichts alleine geschissen bekommen. Ja, warum denn? Ach ja? Jetzt muss ich ja ausreden. Excuses wieder. Wir nennen das Format Excuses. Excusemo. Excuses. So witzig. So, ich kann rein. Ich hab Passive ab. Ich hab auch Passive. Imbards. Okay, ich geh rein. Hin. Hin. Mal. 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 So close. Engage! Miroslav! Alter, nee, nee. Uh! Abbruch! Peric, Abbruch! Jetzt sind sie kein Sekter. Peric! 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 Patrice! Hier, warum ist das Camp da, wenn wir hier nichts zu tun haben? Hä? Oh, jetzt kommt die Pro-Plays. Äh, machen die Nashoren? Nashoramont! Fioramont! Aggressivemont! Frommasch! Sia Beach! Sia Beach? Ist das auch? Flatsch dich! Äh. Warum waren sie jetzt so schnell? Toll? Wegen Ghostblade. Blöde Kuh. Ich tosche die Lane wieder raus und dann komme ich gleich wieder mit her. Alles klar, Fommasch. Da 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 da! Ich brauche 300 Gold weg, voll cool, wenn die mir ein bisschen farmen lässt, dann habe ich das Guardian Angel. Oder auch nicht. Oh! Oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Ich bin tot! Ich bin tot! Aber sowas von... Ja, Team Revive gegen Fiora ist nicht so gut. Nee, Team Revive gegen Feed ist nicht so gut. Team Revive... Es ist gar kein Team gegen Feed Fiora gut. Wenn jemand 20-0 steht, dann ist das egal, was du für Team hast. Ja, vor allem wenn es so einer ist. Der Nerorg! Der Nerorg! Der Nerorg! Dann bin ich perfekt. Wird Retourele... ...detruit. Ich hole mir die jetzt. Ich hole mir alle. Alle auf einmal. Okay. Ey, ohne Witz! Wenn wir die jetzt kriegen, können wir den Nerorgel machen. Ähm... Kann so Nerorgel machen. Ist da noch jemand zum Abbrechen oder so? Naturellement. Okay, Fiora ist immer noch top. Fiora ist top. Ey, die haben da überall geworden. Die sollte keine Ulti haben gerade, oder? Wollen wir einfach mal machen hier? Ja komm, wir machen jetzt einfach den Nerorgel. Verdummt der Nerorgel. Ja, der macht jetzt einen Penta. Ja. Oh ja. Ey, mach ruhig einen Nerorgel. Kommt gut. Ey, ey, revive mich, revive mich. Super Plan. Ich hab sie! Peri, come on! Fiora ist tot, Fiora ist tot. Attention! Attention, ne? Warum geht ihr denn auf sie? Boah! Ey, ich musste mich an irgendjemanden hochleaschen. Oh Gott. Lol. Getrollt. Lelele lol 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 lelele lol. Ohohohoho. Lelele lol lol. Lelele lol lol lelele lol. Ich objektiv gegen Max! Lele lol. Lelel lol. Ohohohoho. Alter warum? Ohohoho. der schmettert, und da will noch einer sagen, sie schmettert sich gut gegen champions wie wärs wenn du nicht mal backportest, du trollo ja gut, dass dein bruder da ist ja ich wusste doch, dass er kommt sein bruder lässt mich nie im stich jaaa Sibire detrui uneturell alliés Jesus Französisch, soo gut das hab ich nicht hmmm je t'aime nein, ich hab mein Test kaputt gemacht neiiiin je t'aime Posnare kill und es ist je t'aime Boah, wir Fiora fokusten eigentlich, oder? Fokussement, Fiora ich mach halt nur die Art irgendwie hier, Caitlin hmm, Fromage das wär ganz cool, wenn du mir das Revive geben könntest oh, ich mach ein Baron oui lol atrox atrox atroxement atroxement auf jeden Fall ein gutes Play oh, Fioras hinter mir her alter Leute Fok ich glaube die gewinnen dieses Spiel neiiiin hat ihr ein Baron nicht gemacht Klaas, clever, gefällt mir also wenn ich Fiora spiele, dann mach ich nie so viel Schaden ja, du bist ja auch ein Noob hehehe, alter hehehe hehehe er hat's nicht gesagt er hat's nicht gesagt er hat's nicht gemacht in mir hehehe schön Boots Boots imo oh, Toplane dieser Trindermeer so tot ne, er sagt Arrete, degage fuck you fuck you ATTENTIONE ATTACKE und wer klatscht härter ich vertrau dich du Lern ich kann rein und gehen wir jetzt rein I'm on my way Leute oh god oh god oh god egal ob die und wenn die und wenn die wir kommen doch gar nicht hinterher siamesisch sind, wat ohhh jetzt geht's los so gefällt mir das na na da kommt Fiora ich seh sie schon dir jetzt einfach rein, komm rein ich hab sie alle aufgehalten revive hä, der hat Passive gemacht während er tot ist äh, äh, ul, was der hat Ulti gemacht während er tot ist alter Leute, ey ok lass dich sterben, lass dich sterben töte mo ohhhh ja lol help turn around machen, ne, ne turn around und 3 AP turn around und 3 AP g g g help mi sad ebot run a bit further further? no mana for you further away ohhhh was für'n Lappen was für'n Lappen was für'n Lappen Lappement der hat keinen mana mehr, los der hat keinen mana mehr, los der hat keinen mana mehr, alter auch komm, du schaffst das i believe i believe i believe i can fly i believe i will see you die nein nein hättest mir gegeben das speed up jetzt stirbt er auch ich hatte exhaust drauf oh alter los okay jetzt attaquerement aaaaah 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 lol diese bombe so gut platziert oh maaah wir finden die Tourette detouriert defende die Tourette is it you, frog? ich glaub die merken gar nicht, dass wir trollen, oder? wir trollen nicht, hallo? try hard try hard try hard wir try hard wir try hard mit toller, toller Folgen name denk dran ideen wir haben echt null damage ist das problem ne, wat was? das hat nur Spaß, leute die haben einfach nur ne gefielte Fiora aber die, die fällt im Late ab nein kennt man ja, Fiora ist voll weak im Late altbekannt wuuuuh ey, ich bin schon wieder fast oben das ist voll unklug ich weiß, ich kein Blue-Boss hab aaaah wann respawnt denn unser? oh, 30 Sekunde Sekunde wie alle so lang zu zu LeFrancois LeFrancois Ronald qui s'appelle François Le Kritiker Masse sooow queetlin im Wherever chuundij dw jungle katlen, btf troll hoSen no, gut good voir good活 buoists hipleads i want this blue gidibad er i want this ooooh puемся Well dann Oh, hier, 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 Katalon! Attacke! Je me blü, ab'n die, ab'n die Hab'es, hab'es, hab'es Hab'n die, ab'n die Hallo, kaitlin Da ist auch noch ne Fiora, ne? Und ihr rennt jetzt da wieder gesplittet Also die muss halt echt sterben, wenn mein Stun auf der sitzt Und der ist halt leider nicht garantiert Haben wir sonst irgendeinen Stun? Ja, dich! Guck mal, die holen auch teilweise schon ein GA Ja Richtig asozial von denen Wir haben auch einfach schon mehr Items als wir So, glaub' ich nicht Versteh' ich gar nicht, warum? Na ja, zwei Zack, Zack, Zack Zack, 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 Zack Oh, wait, ich kann mir a Void Staff holen Ja, hier Oh, oh Oh, oh, Lefeiterino ist real Ich komm' sofort, ich komm' sofort Attacke! Wir müssen jetzt Jetzt geht's los Jetzt geht's los Okay, Leute Einfach ganz entspannt Ganz entspannt gewinnen Genau Ganz entspannt Fokus Fiora Alles ist cool Ja, wenn wir eigentlich halt gewinnen, dann können wir durchbuschen Komm, wir hören, wie viel wir jetzt engage'n die Oh, jetzt hätt' die gesessen Wollen wir aber entspannen auf, bis die Fiora kommt Ignoriert den Säck Okay, ich geh' jetzt rein Jo Oh, Fiora, Fiora, Fiora Ich bin als einziger Fiora Fiora immer noch full life Io Jetzt saß was Wow, ich konnte ruhig Mein Guardian Angel, ich hab aber auch noch mein Egg Ja Ich hab auch noch mein Egg Oh, nice Fuck Der war's drum Ey, wir kriegen die nicht down, die hat 500 AD Ja, die hat so viel Schaden, Alter 500 Die macht mich mit zwei Auto-Tags Ja The French is real The French is real BATTERIE BATTERIE LA BAGUETTE BAGUETTE Oh La Fromage Max, du sollst dich jetzt aber nicht so cool fühlen, nur weil du wenig Tode hast, ja? Töte-moi 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 Oh, exaktement Exekute Exekute Next one Pleasement Oh, attaquez-moi Mmm, la pomme rouge Oh, la Fromage Alter La Pomme de Terre France Ja, das war eine weitere Runde, Titel bestimmt ihr Bis zum nächsten Mal De-faité De-faité Wir haben verloren Tschüss